Seit 2003 fanden in der Bundesrepublik Deutschland von der marxistisch-leninistischen Partei Deutschlands organisierte Demonstrationen ohne größere öffentliche Beachtung statt. Später wurden diese Demonstrationen gegen Arbeitsmarktreformen von Tausenden besucht, die zumeist den Bezug zur MLPD nicht erkannten. Demonstranten und Medien bezeichneten sie als HCV-Demonstration oder als Montagsdemonstration. Vorgeschichte Als Ausgangspunkt für den tiefgreifenden Umbau des Sozialstaates, gegen den sich die Proteste 2004 richteten, wird die Regierungserklärung des Bundeskanzlers Gerhard Schröder am 14. März 2003 angesehen, in der er unter dem Namen Agenda 2010 als Programm ankündigte, Wir werden Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fördern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen. Gegen diese Politik wandten sich nach verschiedenen, kleineren Protesten etwa 100.000 Teilnehmer einer gewerkschaftsgestützten, zentralen Demonstration am 1. November 2003 in Berlin. Begriffsdiskussion Die Verwendung des Begriffes »Montagsdemonstration« war jedoch umstritten. Einige DDR-Bürgerrechtler kritisierten die Herstellung einer Analogie zur Friedlichen Revolution von 1989. Die Montagsdemonstrationen 1989 hätten Der Überwindung einer totalitären Diktatur gedient. Vera Lengsfeld sagte beispielsweise, es ging um Freiheit. Wolf Biermann verwendete den Begriff »Etikettenschwindel«. Besonders scharf wies der damalige Wirtschaftsminister Clement als politisch Verantwortlicher den Begriff zurück. In der Berliner Zeitung nannte Joachim Gauck den Begriff »Töricht und Geschichtsvergessen«. Er führte jedoch aus, dass es positiv sei, wenn die Menschen demonstrieren. Dagegen verteidigte der Leipziger Pfarrer Christian Führer die Verwendung des Begriffs. Es kann nicht nach dem Motto gehen. Wir begrüßen, dass ihr gegen die Kommunisten auf die Straße gegangen seid, aber jetzt habt ihr die Klappe zu halten. So geht das echt nicht. Aber gerade dann sprach er sich für HCV als endlich eingeleitete »N. Beginn notwendiger Reformen unseres Sozialstaates« aus. Als am Tage zuvor, am 29. August 2004, die Erklärung von Angehörigen ehemaliger DDR-Oppositionsgruppen gegen HCV mit 60 Unterzeichnern erschienen war. Wir protestieren gegen HCV. Wir sind ein Verstanden mit der Wiederbelebung der Montagsdemonstrationen. Es ging und geht um Gerechtigkeit, Selbstbestimmung, Mündigkeit, Menschenwürde und Freiheit. Verlauf der Demonstrationen Als Initiator gilt Andreas Erholt, ein arbeitsloser Bürokaufmann aus Magdeburg, der dort die ersten Montagsdemonstrationen organisierte. In Leipzig gab es ab 19. April 2004 wöchentliche Montagsdemonstrationen. Auf ihrem Höhepunkt am 30. August 2004 demonstrierten in über 200 Städten mindestens 200.000 Menschen gegen das HCV-Reformpaket und die damit verbundene Ersetzung der Arbeitslosenhilfe durch das Arbeitslosengeld II. Bei der Berliner Demonstration am 20. September 2004 wurde die Ehefrau des Anmelders Fred Schirrmacher verletzt. Ab Mitte Oktober 2004 brach die Teilnehmerzahl deutlich ein und zahlreiche Gruppierungen zogen sich von den Demonstrationen zurück. Edmund Stoiber bezeichnete bei einer Rede in Deggendorfer die Montagsdemonstranten in Jena und Eisenach als dumme Kälber, die ihre Metzger selber wählten, weil sie Plakate von Oskar Lafontaine gezeigt hätten, der gegen die Einbeziehung der Ostdeutschen in die Rentenversicherung und die sozialen Sicherungssysteme gewesen sei. Lafontaine stufte die Montagsdemos als Beweis dafür ein, dass sich das Volk die Politik wieder aneignen wolle. Bundespräsident Horst Köhler, der Bremen am 10. September 2007 mit einem Gefolge von 180 Diplomaten besuchte, sagte am offenen Mikrofon, Wenn wir uns hier treffen, glaube ich, haben sie das Recht zu demonstrieren. Die Botschafter aus der ganzen Welt sehen, dass Deutschland, in diesem Fall Bremen und Bremerhaven, ebenfalls mit Problemen kämpft. Das ist wichtig, denn aus der Sicht vieler Botschafter aus Afrika gibt's uns in Deutschland riesig gut. Ich möchte Ihnen eben dann zeigen. Auch hier wird gekämpft, ist nicht alles rosig. Probst Joachim Hempel, der den Braunschweiger Dom selbstverständlich nach dem Vorbild der Leipziger Montagsdemonstrationen für eine Auftakt-Andacht zur Verfügung stellte. Weil das Thema auch für künftige Generationen wichtig sei, rief zu, mehr Gerechtigkeit, auf. Menschen, die mit 1.500 Euro brutto eine Familie ernähren müssen, können nichts für eine private Altersvorsorge tun. Für den Herbst rief Bromberger zur bundesweiten Sternfahrt nach Berlin auf. Teilnahme von Neonazis In Erfurt war es eine Auflage der Polizei, dass Demonstranten einen öffentlichen Platz mit den Rechtsextremen teilen mussten. Die Demonstration fand dort in Anlehnung an die Erfurter Tradition des Jahres 1989 immer donnerstags statt. Ab etwa November 2004 wurde anstelle der Demonstration eine Kundgebung auf dem Erfurter Anger durchgeführt. Dabei kam es zu einem Zwischenfall, bei dem der Verdi-Funktionär Angelo Lucifero mit einer Schreckschusspistole in die Luft schoss. Nachdem stadtbekannte Neonazi-Kader ihn bedrängten. In anderen Städten reihten sich Neonazis in die Montagsdemonstrationen ein, was von den Demonstranten nicht immer verhindert wurde. Zu den Ursachen dafür zählten erstens, dass die Organisatoren zu wenige Ordner stellten. Um einen Ausschluss der Neonazis durchzusetzen, in Einzelfällen wurden in kleineren Ortschaften Ordner aus dem rechtsextremen Spektrum rekrutiert. Zweitens waren manche der Organisatoren politisch so unerfahren, dass ihnen die Notwendigkeit einer Ausgrenzung von Neonazis nicht klar war. Alle Opfer des Sozialabbaus hätten ein Recht zu protestieren, argumentierten sie. Drittens hätte die Polizei erst dann eine Handhabe besessen, Rechtsextremisten von der Demonstration abzudrängen. Wenn es bereits zu strafbaren Handlungen gekommen wäre, beispielsweise dem volksverhetzenden Aufstacheln zum Hass gegen Teile der Bevölkerung. Von den Gewerkschaftsspitzen wurde die Beteiligung von Rechtsextremisten als Grund dafür genannt, nicht bundesweit zur Teilnahme an Demonstrationen gegen Sozialabbau aufzurufen. Zwar haben deren Veranstalter überwiegend von Anbeginn den Ausschluss von Neonazis gefordert. Doch konnten die Grundsätze der Montagsdemonstrationen wegen der Auseinandersetzungen um das offene Mikrofon und die basisdemokratischen Abstimmungen teilweise erst nach Monaten schriftlich fixiert und beschlossen werden. Einer dieser Grundsätze, neben dem der Überparteilichkeit, lautet Wir grenzen uns entschieden von Faschisten ab. Organisation durch die MLPD Während die Gliederungen der Gewerkschaften anfingen, sich den Montagsdemos anzuschließen, zögere die DGB-Spitze vor den Wahlen in Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Sachsen. Die Bewegung in Ostdeutschland finde aber noch keine Entsprechung in Westdeutschland. Hier seien die Attach-Gruppen gefordert. Der Bewegung abträglich seien Versuche von politischen Kleinstgruppen wie der MLPD, die Montagsdemo unter ihre Kontrolle bringen zu wollen. Das überregionale Koordinationstreffen in Leipzig am 28. August 2004 drohe von der MLPD unterwandert zu werden. Da viele Leute, die die alten Auseinandersetzungen der westdeutschen Linken nicht miterlebt hätten, das Problem mit der MLPD nicht verstünden, solle ein erklärendes Papier vorbereitet und an die Gruppen verschickt werden. Eine bundesweite Struktur zur Koordinierung der Demos werde nicht für notwendig erachtet und sei derzeit unbedingt zu vermeiden. Ebenso aber auch eine Schlammschlacht über die Presse. Eine große Demonstration am 3. Oktober 2004, die von der MLPD unter dem völlig inakzeptablen Motto »Marsch auf Berlin« ins Gespräch gebracht worden sei, finde in Ostdeutschland großen Anklang. Sie laufe aber Gefahr, als in Punkt der Montagsdemos zu wirken und in den Medien mit dem Protesttag am 3. April 2004 verglichen zu werden. In Bremen trat das Bündnis gegen Sozialkahlschlag im Januar 2005 die Organisation der Montagsdemonstration an eine Gruppe unabhängiger, parteiloser Bürger und Vertreter der MLPD ab. Diese Gruppe hatte auch vorher schon die Vorbereitung bei zusätzlichen Besprechungen durchgeführt. Die Aufrechterhaltung wöchentlicher Montagsdemos wurde laut Trennungsbeschluss von Teilen des Bündnisses nicht mehr für sinnvoll gehalten. Man müsse eine Kampagne zu einem geordneten Ende führen, bevor sie kläglich auseinanderlaufe. Eine weitere Zusammenarbeit mit der MLPD wurde abgelehnt. Da sie mangelnde Solidarität mit Bündnispartnern zeige und in der bundesweiten Breitenbewegung gegen Sozialkahlschlag nur die unter ihrem Einfluss stehende Richtung unterstütze. Die Montagsdemosee sie nicht als Protestform, sondern als gesonderte Bewegung unter ihrer Führung. Dazu strebe sie deren bundesweite Vernetzung nach ihrem Organisationsschema an. Ihre Bremmer-Vertreter hätten sich organisatorisch stark beteiligt und seien bemüht gewesen, Richtlinien ihrer Partei durchzudrücken. Es genüge aber nicht, sich für die Verabschiedung von Prinzipien einer Bewegung stark zu machen, in denen man sich entschieden gegen Faschismus abgrenzt, denn dies könnten auch rechte Populisten unterschreiben. Forderungen und Parolen wie Am 28. August 2004 fand in Leipzig auf Einladung der dortigen Montagsdemo ein erstes Treffen zur bundesweiten Koordinierung der Anti-Harz-Bewegung statt, an dem 186 Menschen aus 66 Städten teilnahmen. Sie waren größtenteils auf den jeweiligen Montagsdemos als Delegierte gewählt worden. Am 2. Oktober 2004 demonstrierten in Berlin über 50.000 Menschen, am Folgetag auf dem Alexanderplatz etwa 25.000 Teilnehmer. Am 24. Februar 2007 nahmen 142 Delegierte und 51 Gäste aus 68 Städten an der 5. Bundeskonferenz der Montagsdemonstrationen in Kassel teil und beschlossen, im Herbst erneut eine Protestaktion durchzuführen. Am 13. Oktober 2007 nahmen rund 7.000 Menschen an der 4. bundesweiten Demonstration der Montagsdemo-Bewegung in Berlin teil. Sie verlangten unter anderem eine Rücknahme der HCV-Reformen und der Rente mit 67. Demonstranten forderten auf Plakaten und Transparenten, Millistlöhne und die Einführung der 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Sie schwenkten die fahrenden linker Parteien und Gruppierungen sowie von Gewerkschaften wie der IG Metall und Verdi. Die Polizei lobte den friedlichen Verlauf der von der bundesweiten Koordinierungsgruppe der Bewegung organisierten Veranstaltung. Im Demonstrationsaufruf hieß es, Wir wollen Arbeit, von der man leben kann. Wir lassen uns nicht in Arbeiter und Arbeitslose spalten. Wir wollen eine lebenswerte Zukunftssprecher der Koordinierungsgruppe der bundesweiten Montagsdemo-Bewegung war der ehemalige DDR-Bürgerrechtler und MLPD-Anhänger Fred Schirrmacher. Anmelder der Berliner Montagsdemo. wenn wir die Fluss zu befinden. Wir wollen einigen, wir wollen einigen. Aber wir wollen einigen, wir wollen unsere Chuenscheidung. Untertitelung des ZDF, 2020